what's going on youtube ja und herzlich willkommen zu einem how to ja das ist das erste how to auf dem channel ich wollte noch mal gucken wie es von euch aufgenommen wird ob ihr vielleicht noch mehr wollt könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben und auf jeden fall auch danke an 138 abonnenten klingt jetzt fällt dir ein oder ein wenig aber nicht schlecht ja das nur mal nebenbei und zwar gibt es heute und das debi schild ich habe das hier schon moment ich kann es noch zeigen kann man sehen nein okay egal und zwar ich bin hier gerade ihr seht ja moment im normalen modus weil ja gut also ich habe das noch nicht im wahrenkammerjäger modus frei und zwar geht es um das debi schild wie gesagt wie er es bekommt was es auch für vor und nachteile hat ja und da geht es gleich mal los ihr braucht unbedingt dass die er sie also kann ich euch empfehlen ihr könnt natürlich auch nur mal so für den für ein paar leute die kein dsi haben und noch auf den ogen zocken ich zocke auf den neck of the next gen und da habe ich ja eh hier alle dsd mit dabei ja aber ist das unwichtige braucht nur das dsd also drachenfestung tiny tinas dragon keeps ja oder so ja und dann würde ich mal sagen geht es auch los ihr müsst das soweit gespielt haben ich meine das geht jetzt einfach bis ihr zu der forest kommt der forest aus dem grund weil jeder verfickte baum sorry kann die bieten und das ist echt gut ich habe ja also jetzt schon mal ich würde noch mal zeigen das ist hier wie das macht das hat eine kapazität von 3000 750 schaden und ja ihr könnt ihr auch wahrscheinlich lesen ein ladegeschwindigkeit ist eigentlich richtig gut dafür dass du also es kann eigentlich der hälfte vom schild macht das in der zeit weg aber die ladeverzögerung kostet mich ein bisschen an aber egal und jetzt kommt es hauptsache an debi darum ist das auch so letztendlich mäßig es gibt euch einfach ihr könnt zu lesen verursachter schaden ne verstanden das gibt euch plus 7567 das jetzt in meinem fall ich habe ja noch mal einen debi im moment ich suche mir fix das macht jetzt ein bisschen weniger also die sind beide level 36 das liegt jetzt am normalen modus aber es gibt halt auch verschiedene so und wie gesagt ihr seht ja auch nicht mal hier im einsatz wie geil das ist das kommt die schleifunger ich spiele auch derzeit den psycho weil ich könnt ihr vielleicht sehen wenn ich ein gegner könnte jetzt geht nochmal so schön und ich ziehe auch noch andere gegner an das ist auch toll ja und ihr müsst auf jeden fall der hat sich nicht gedroppt ähm bäume auf jeden fall töten das ist jetzt sehr wichtig und da wünsche ich euch auch empfehlen ähm ja holt euch erstmal da oben die fee weil das ist nämlich gar nicht mal so schlecht wenn ihr einfach mal so eine fee habt und zwar zeige ich euch das gleich mal wenn ihr nämlich rennt genau kann sie euch so husten und das finde ich eigentlich schon richtig geil also darum mag ich eigentlich auf the forest ja das ist nur aktiv wenn euer schild toll ist und das ist auch ein bisschen das gute an den feen ähm wenn euer schild leer ist und die merken das können die es einfach wieder hoch bashen ja so also ich ähm mir wurde es jetzt hier zweimal hier gedroppt aber es gibt natürlich nur andere Sachen wo es sein könnte ja gucken wir mal hier in die Kiste rein das wollte ich nicht machen das habe ich nur noch ja noch die Kanate so Lohling Thunder vom Wilhelm gedroft bekommen wenn ihr wollt kann ich dazu auch noch mal ein Toton machen oder ein How To äh ich habe Angst dass die Fee hier gleich weg geht dann äh ja die kann ich mir aber glaube ich auch schon gönnen bleibt stehen ey du Hohenson so ja wo wir sind mal wieder und jetzt lauft die einfach hier lang dann könnt ihr sehen und dadurch dass ihr euch jetzt auch noch so übelst du behäscht könnt ihr es euch einfach gönnen so ich lass die jetzt noch mal hier so ein bisschen mit meiner Granate alleine ja und jetzt hier also in manchen Videos wird sich jetzt so gezeigt ja hier kommen äh rennt einfach vorbei an alles aber das ding ist ja jeder einzelne Baum kann euch das blocken und ich weiß nicht ob sie jetzt die wenigsten wissen oder einfach keinen Bock haben wegen da länger aber ich habe auf jeden fall darauf Bock hier die normale weg zum natzen und zwar aus dem einzelnen Grund weil es ja jeder Baum droppen kann will ich es natürlich auch komplett ausnutzen und jeden Baum der hier gerade der hier sieht möglich aus ok so ihr wisst doch wie wenig ich ihn ziehe wenn der Schild nicht aktiv ist es geht zwar aber es ist echt verdammt wenig so das habe ich ihn wieder aktiv geil oder nicht mehr ok das kopf war das nicht ich habe nochmal gespeichst noch Träger kein äh nicht Wunder meine Waffe ist Level 33 so und da seht das auch ähm und zwar ich spornen dann hier Bäume und das ist echt ein ich sag mal ein großer Vorteil eine rote Dusche für eine große Haus weil ich die kann natürlich auch in die Dusche droppen so ihr seht ja diese Ladeverzögerungen die kotzt mich selber ein bisschen an ok so eine roh also jetzt ist es jetzt übertreiben aber echt sag mal das konnte nicht sein ja kommt die für die Verzahlen davon liegt aber Wetten nicht ja auf jeden Fall äh ich hole mir immer erst mal alle Bäume und an Ort weil ja gut ich hab's derzeit noch nötig wenn er natürlich Level 72 seit übermacht 8 da braucht ihr natürlich auch kein das machen aber bei mir ist es grad ganz gut weil ich habe noch hier Level bauen ja aber gut das ist ein bisschen der Nachteil mit Bastards-Bücher mehr so Gate Drops natürlich auch gar nicht mal so schlecht und vor allem auch ein Video aber ich denke grad ein bisschen zu ist ja auch egal so ihr könnt euch ja meinetwegen auch nochmal hier dann die Kiste da hinten holen aber da hab ich grad kein Bock drauf ja so und dann reicht ihr nur noch hier hoch also es gibt ja schon einige Videos wo man es hier gedroppt bekommen hat ähm ich hab's aber immer nur also noch nie hier oben gedroppt bekommen ja und ich mach das schon mal so ich geh da schön hier runter ballade ihn da schön ab und geh dann hinter diese kleine den kleinen Headclitch hier äh wegen diesen Elektrodinger weil ich hab kein Bock dass mich der irgendwie so übel anhältet so so das wärs dann ja jetzt müsst ihr einfach noch mal gucken hier ja und da haben wir es ja auch schon Debbie äh das ist jetzt hier ein bisschen schlechter aber ja auf jeden Fall schlechter 1134 hier sind ja äh hat er auf jeden Fall gedroppt nicht aber ihr könnt ja wenn ihr Lust habt könnt ihr euch auch noch mal die fegeln ich bin natürlich auch die es gedreckt ja ja gut aber äh so könnt ihr ganz easy wie sie the bee bekommen ich finde es auf jeden Fall richtig nice das Schild so nice vor allem auch in einem höheren Level es bringt richtig viel ihr könnt Theramorphos in all äh unbesiegbaren damit gut holen äh gibt es auf jeden Fall einen dauernd hoch ja wenn es euch gefallen hat lasst einen Like da wenn es euch nicht gefallen hat äh Dislike gut ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben ob ihr vielleicht noch mal was sowas ähnliches sehen wollt äh würde mich auf jeden Fall mal richtig hart interessieren ja ihr könnt auch gerne mal eure Kritik in die Kommentare schreiben damit ich mal euer Feedback und so sehe dann würde ich mal sagen sehen wir uns beim nächsten Mal haus da rein und tschüss